Idee, vor allem wenn nicht überall ausgeleuchtet ist, so wie wir es eigentlich gerade machen wollten. Na, so. So, so lass ich das jetzt. So, tschüss, ich gehe. Dann baue ich hier wieder den Baum hin. Na, genau so. Nein! Ich bin in letzter Zeit ein bisschen blöd. Habe ich so das Gefühl. So, komm, da hin. Ach, was ist denn das? Das ist doch nicht mehr normal. Dann mache ich jetzt hier den Baum halt weg und hier den Baum halt weg. Können mich jetzt mal die ganzen Monster, dann baue ich denen halt keine Barrikaden mehr. Wer bin ich denn? So. Das hier wächst nicht. Warum wächst das nicht? Wo ist denn hier eigentlich geleuchtet? Eigentlich ist doch hier überhaupt nichts ausgeleuchtet. So, dann hier das auch mal ein bisschen. So, zack, ausleuchten. Ist eventuell ein bisschen besser. Ach, das liegt denn vielleicht einige. Das ist, äh, ich weiß nicht. Das ist, ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist, aber auf jeden Fall bei mir ist das der Windows 7, äh, Beispiel, ja, Beispiel Dingens, ne? So, alles weg. Kopple, Gravel, so, das auch weg. Ach, und ein bisschen Holz haben wir jetzt ja auch wieder. Ist ja auch, hat ja auch was Gutes, wenn wir einfach überfallen werden. Ach, ein bisschen Schießpulver. Und dann gehe ich in die Hölle. Und in der nächsten Season werden wir dann natürlich, wie ich gesagt habe, schon ein bisschen weiter, äh, laufen als hier so. Ja, und, ähm, genau, das sind vier. Ne, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Hm. Ja, okay, also hier scheint jetzt nichts zu sein. Hier runter gehe ich jetzt nicht. Ach, da unten ist doch schon wieder. Aber ich habe gehört, man kann die mit Schneebellen besiegen. Ja, genau. Versuch mich doch abzuschießen. Wie ich überhaupt nicht treffe. Ah, okay. Äh. Das ist ja eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee, die von hier oben abzuschießen. Warum bin ich da denn nicht früher drauf gekommen? Naja, egal. Ähm, ich würde sagen, wir konnten hier mal. Jetzt hatte ich fast auf Steuerung gedrückt. Oh, Mann. Sind das fliegende Inseln? Naja, ähm. Und auf jeden Fall in der nächsten Season werden wir dann alle unsere Häuser mit Portalen verbinden. Was wollt ihr? Wollt ihr mich angreifen? Oh. Also. Manchmal kriegt man ja schon einen Schrecken, wenn die einfach einmal auf einen zukommen. Ich hoffe mal, dass ihr uns hier nicht irgendwann mal eine Klippe runterschübsen. Äh, eine Klippe runterschübsen. Ach, ich bin doch schon ein bisschen bescheuert. Naja, was heißt ein bisschen? Ein bisschen sehr viel, eher gesagt. Oh, Mann. Also, wie Kies generiert wird. Ob das ein Bug ist? Fragezeichen. Das sieht mir irgendwie so gerade aus hier. Warum ist das so gerade? Ist dahinter auch eine? Ja, du Baby. Äh. Mama. Mama, ich möchte nach Hause. So, wie schnell das hier abzubauen geht. Das ist so ein Bug in der Hölle. Und hier ist anscheinend überhaupt nichts. Ich gucke mal kurz, ob man hier drüber noch was findet. Ich baue gerade nicht irgendwie nach irgendeinem Schema, sondern einfach nur nach oben. Lalalala. Ganz fröhlich vor mich hingebaut. Aber hier oben drüber ist anscheinend nichts. Also lasse ich das einfach. Mhm. So, schauen wir nochmal hier. Da ist ein bisschen Closed Stone. Hm. Aus der Richtung kommen wir. Ich glaube, ich springe mal kurz hier runter. Also, was ich ehrlich gesagt glaube, ist, dass wir... ... uns verlaufen werden. Oder so. So, Moment. Bug. Einsetzen bitte. Also. Genau, so. Danke. Und ein bisschen Closed Stone. Moment, das kann ich ja so abbauen. Geht ja nicht viel schneller. Ich weiß gar nicht, womit das am schnellsten geht. Geht das so schneller? Kann man Closed Stone irgendwie überhaupt schneller abbauen? Scheint ja nicht so. So, ein bisschen hier diese... ...Dinger einsammeln. Äh, Moment. Da. Das ist auch... ... eben auch ein Bug, dass man hier... ... die Lava nicht so... ...hell sieht. Ich glaube... ... dass der hier gerade... ... eingetreten ist. Genau. So, jetzt habe ich die Lava einmal gehauen. Jetzt ist sie wieder Hölle. Ach, und Closed Stone. Bei dem Closed Stone war das auch so. Ob das bei Feuer auch manchmal so ist, weiß ich nicht. Aber die Lichtbugs gefallen mir auch nicht. Es wäre schön, wenn man die mal beheben würde. Ja, Notch. Falls du meine Let's Plays guckst. Ah, nein. Was? Nee, doch nicht. So, mal gucken, wo es hier hingeht. Und ich würde sagen, in eine Höhle. Also ins nichts. Aber was ich gut finde, ist, dass es hier in der Höhle nicht dunkel wird. Beziehungsweise immer dunkel ist. So, das Closed Stone gelumse baue ich jetzt mal nicht ab. Sondern ich laufe hier lieber rum und schaue mal, wo ich denn was machen kann. Da oben ist auch wieder eine fliehende Insel. Hm. Und was ist das hier? Ja, ist ja gut. Wir Schweinemänner. Äh, was ist das? Fragezeichen. Kann ich? Nein, da kann ich nicht runter. Da drüben ist die Festung. Okay, was? Warum leuchten denn die zwei Steine? Der obere und der untere. Moment, ich kann ja mal so machen. Zack. Der untere und der obere. So. Warum leuchten denn die beiden? Hm. Muss man nicht wirklich verstehen. Da jetzt bitte nicht runterfallen. Das hier ist auch ein kleiner... Ein kleines bisschen buggy, das hier so. Ja, genau. Lalalalala. Hm. Mal schauen. Hier drüben ist da noch was. Außer Schweinemenschen. So, hier. Ne, auch nicht. Ist immer ein bisschen tricky hier an den Dings, die es rumzulaufen. Genau. Was ist das hier denn eigentlich für eine Kacke? Das kann doch nicht sein. So, Moment, dann. Hier können wir drüber springen. Ach, scheiße. Naja, zum Glück haben wir nicht gebrannt. Also. Aber leider habe ich wieder Scheiße gesagt. Na, wo bist du denn? Da drüben. Nein, das versuche ich jetzt nicht. Das treffe ich eh nicht, diesen Guest. Wo kann ich denn über... Wo kann ich denn eigentlich mal hin, um so ein Soul Sand abzubauen? Warte. Ähm, Moment. Ich lade ihn nochmal neu. Let's play. So. So. Ähm. Gibt's hier in der Hölle eigentlich auch Gebäude, außer diese Festungen. Da kann ich abbauen. Gut. Ah, ah. So. Kann ich da auch abbauen, ohne abgeschossen zu werden? Hm. Oh, Moment. So. Hört mal auf, die ganze Zeit hier so rum zu brüllen. Weil das ist nämlich nicht so gut, wenn ich hier so abgelenkt werde. Von meinem Subwoofer. Ähm. Räää. Und außerdem will ich nicht so gerne...